So und willkommen zurück zur nächsten Aufnahme mit Deathdragger 2. So, eben gerade abgeschlossen die letzte Mission, wo wir Wasser suchten und eigentlich die Stromversorgung hergestellt haben. Was sagt denn hier neu? Ach ja, Mine. Genau, neu. Tech Level 3 müssen wir dafür haben. Genauso ist hier neu. Ach ja, für 5000 Tacos haben wir eine Schrotflinte. Die einen ganz guten Schaden macht, aber wenig Munition hat gegenüber. Feuerrater. Ja, was kostet alles so viel Geld? Und wir müssen eigentlich Tech Level 3 machen. Ein Teil von 4, was haben wir denn hier noch? Messer, 0 von 2. Was kann man da bitte für Bauanleitung haben? Na ja, was haben wir denn hier noch? Eins, was haben wir denn hier Bomben bringen? Ja, die Hühnchen sind nicht schlecht. Davon haben wir noch zwei. Recht witzig, die Dinger. Wir müssten aber eigentlich, warte mal, wir müssten hier Granaten herstellen. Okay. Ah, herstellen. Und wir müssten, äh, was haben wir noch? Medizin. All right. Also, produzieren. De, 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 de. Was können wir denn hier noch machen? Ich überlege gerade eigentlich, ob wir mal vielleicht auch auf Tech Level 3 gehen. Aber was kostet Tech Level 3? 6.000 Freigeschaltete Upgrades. Neuestes Produkt dann mit Tech Level 3 Messer und, äh, Doppelglock. Doppelglock, nicht Glock. Aber es dauert ja eh zwei Stunden, haben wir eh heute nichts, ne? Okay, hier geht's. Dankeschön. Okay. 23 Sekunden noch, ähm, dort ist die Mine dann und da ist 6.000, das sind dann genau die 12.000, die wir hier haben. Ha, wir müssten eigentlich sowas hier mal machen, um dann in der Story voranzukommen. Ähm, Nachschub. Das machen wir jetzt mal, mischen. Belohnung ist 5, äh, 900. So, einzelne Zombies ist praktisch habenlos, ein Pass vor Zombie Horden auf. Ja, natürlich. Selbstverständlich passen wir vor Zombie Horden auf. Finden der Versorgungskisten, laden wir sie auf das Auto. Oh, jeh. Uh, ja. Hold on. Thanks. Thanks. Great. Oh, yeah. So, warte mal, wo ist die nächste Kiste? Hier oben. Oh, Jesus. Warte mal, wo waren hier die Munitionen da? So. Ja. Ja, es gibt immer viel zu tun. Ja. Oh, ja, ja. Alter. Von hinten kommen sie auch noch, ey. Ey, so ne Arsch. Geil. Ey, 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 geh hier hoch. Ich stirb doch halt, meine Fresse, ey. So, Mann. Jetzt hier runter. Zurück zum Auto. Oh, Mann. Es kommt aber so ein Dicker hier. Ja. Ah, Mann. Au, 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 au. Das kostete mich gerade ein wenig. Schnell, wenn wir die Munitionen aufladen hier. Oh, vielleicht ist das was? Ah, damn. Finde Versorgungsgüter. Oh, Alter. Sag mal, was kommt denn mit mir, Alter? Oh, Mann. Lock and load. Alter. Ach. Verdammte Axt. Wo ist die nächste Kiste? Da. Jesus. Muss ich jetzt ernsthaft? Das ist doch echt nervig. Jetzt muss ich noch eine Kiste danach suchen. Ich habe jetzt schon keine Munition mehr. Beziehungsweise bin ich fast tot, ey. Ja, ja. Jetzt lassen wir es mal außer Acht hier. Ah, egal. So. Oh, man. Oh, dicker. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ah, da kommt der Dicker. Fuck, 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 fuck. Bok, 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 bok. Au, 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 au. Ah, da geht die Kiste. Komm her, Dicker. Haha, Huhn. Do your job, Huhn. So, wir haben mal eine Kiste. Äh, Quatsch. Auf, äh, hier, Quatsch, das schon. Oh man, das wird knapp. Das wird so knapp. Oh. Komm, komm, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Alter. Zwei. Zwei HP. Exzellent. Ja, Mann. Alter, schwer ist schwer, Alter. Das gibt's doch nicht. Haha. Oh man, Alter, 1800 knapp gemacht. Und jetzt muss ich dafür ausgeben, äh, weiß ich nicht für, um meine Granaten zu kaufen. Oh, und die Hühnchen, die kosten ja auch ein wenig. 1800. Mal gucken, was hab ich denn... Schmerzmittel. Alright. Was kostet das? 200. Bauen wir mal. Ähm, Granaten. Bauen wir mal. Kostet... Aufrüsten kostet 1000. 150. Naja, gut. Haben halt ein bisschen Kohle. So ist es ja nicht. Ähm... Ja. Ja. Munition gibt's ja zum Glück immer kostenlos. Ich glaube, wir werden hier mal, ähm... Ne, das Rotgewehr ist zwar nett, aber ich find, äh... Ich find das Ding nicht so prickelt, ehrlich gesagt. Okay. Okay. Ich werd den hier mal aufrüsten. Er hält folgendes Update. Kostet ne Stunde. Ähm... Was bringt das Update dann? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, dass wir mehr kriegen, oder? Nee, ich hab keine Ahnung, was ich gesagt habe. Okay. Ja, die Mine können wir erst machen, äh... Das Tolle an Zombies ist, dass sie Fallen nicht erkennen. Aha. Also können wir Fallen legen und die laufen einfach rüber. Das ist natürlich eigentlich eine ziemlich coole Sache, ne? Da wir aber nur zwei Slots haben... Gut, Hühnchen haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. Aber Hühnchen sind schon ziemlich cool. Sie laufen da hinterher und dann BÄM... Die armen Tiere. Haha. Ach komm, wir machen noch mal so ne schnelle Mission. Und... Escort, Suchen und Zerstören. Ja, machen wir das. Schwierig, natürlich. Wir wollen's ja echt nicht leicht machen, ja, ne? So, sammeln. Na toll, jetzt kommt hier grade Spyware Terminator im Game. Warte mal, Scannen, Abbrechen. So, Lautsprecher finden und zerstören. Oh, hallo. Oh, von hinten. Ihr seid ja auch so in der Blöden. Da. Au, 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 au. So, Bam Bam. Oh, Alter, willst du nicht rollen? Ah, that was close. Oh. 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 Mama Mia. Wo sind noch welche? I'll take that. Da, ich was. Da. Oh. Ei, 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 ei. Haha. Haha. Mann, ich sollte mich echt... Ne. Nochmal versuchen. Ah. Mama Mia. Ich sollte mich da echt mal konzentrieren, dass die Viecher hinter mir sind, erstmal zu töten. Alter, meine Fresse, Leute, gebt mir die Aufnahme weg. Woa 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 woa. Kommt hier her. So, übrig drei Sender, alter, was. Oh man, und schon wieder von hinten. Oh Gott. Ah, Mensch, das Kinder, komm schon, das schaffen wir. Ah, das ist echt, ich hätte nicht schwer nehmen sollen, das ist echt schwer. Aber die Haltung ist auch echt blöd hier, ey. Ah Gott. Mama mia, Mama mia. Gibt's ja auch irgendwo Munition oder so. Ähm, 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 ähm. So. Ah, komm schon. Ähm, 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 ähm. Ah, das ist echt schwer, muss ich immer sagen. Oh. Oh. Alter, so ein Spooky. Spooky. Pi-p-p-p-p-p-p-p-pam, ähm, ähm, ähm. Hier ist noch einer. Oh, 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 oh. Lauf, 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 lauf. One more to go. Abgeschlossen. Ah, mei, endlich, geht doch! Bitch! Tja, meine Fresse, Alter. Also ohne Scheiße, könnt echt nicht behaupten, dass es leicht ist. Und ich bin hier auch noch gehandicapt mit diesem Kabel. Ich muss das Kabel länger machen, Alter. Und dann sitze ich, aua, aua, vor mir dieses Scheiß, äh, sag schon, äh, hier. Ups, die, der Kamera, äh, Ständer, würd ich schon sagen. Oh, ich hatte ein Ständer gesagt. Äh, okay. So, ich werd hier noch was herstellen. Ähm, Splittergranate bauen Und hier ach, das können wir ja nicht bauen, dann werden wir hier nochmal produzieren. Das hier machen. Und dann werden wir hier nichts machen. Und, verabschiede mich an einer Stelle für diese Aufnahme. Oh, fast 70 Minuten schon. Ein bisschen was Längeres heute, dafür auch ein bisschen mehr Fehl. Ha, hau, haut rein. Tchuuu.